Einfahrt S1 von Karlsruhe Hauptbahnhof mit einer Baureihe 425. Die S1-Fahrt nach Homburg-Saar-Hauptbahnhof mit einer Baureihe 425. Die Baureihe 425 aus. Einfahrt S2 von Karlsruhe Hauptbahnhof mit einer Baureihe 425. Einfahrt S1-Fahrt nach Homburg-Saar-Hauptbahnhof mit einer Baureihe. Die S2-Fahrt nach Musbach-Baden mit einer Baureihe 425 aus. Einfahrt S1 von Karlsruhe Hauptbahnhof mit einer Baureihe 425. S1-Fahrt nach Homburg-Saar-Hauptbahnhof mit einer Baureihe. Die S1-Fahrt nach Homburg-Saar-Hauptbahnhof mit einer Baureihe 425 aus. Die S1-Fahrt nach Osterburgen mit einer Baureihe 425. Die S2-Fahrt nach Homburg-Saar-Hauptbahnhof mit einer Baureihe. Untertitelung des ZDF, 2020